Hallo ihr Lieben! Erstmal vielen lieben Dank für das ganze positive Feedback zu meinem Kurs. Ihr wisst ja, es gibt jetzt noch drei Tage 50 Prozent Rabatt und ihr habt mir in diesem Kontext ein paar Fragen gestellt, die ich jetzt beantworten werde. Ihr habt mich zum Beispiel gefragt, wenn ich den Kurs jetzt kaufe mit dem Rabatt, muss ich ihn dann auch jetzt machen oder kann ich jederzeit starten? Die Antwort ist, du kannst starten wann immer du willst. Von mir aus auch in drei Jahren, aber wenn du ihn jetzt kaufst, hast du ihn und zwar dein Leben lang. Die nächste Frage, die ihr mir gestellt habt, betrifft die Livezooms. Wenn du den Kurs gebucht hast, hast du Anspruch auf zwei Livezooms. Wann du die machst, ist dir ganz überlassen. Es wird jeden Monat zwei Termine geben. Diese speziellen Livezooms sind nur für Kursteilnehmer und sie dienen dazu, dass wir im persönlichen Kontakt offene Fragen oder Themen klären können. Wenn ihr den Kurs gebucht habt, kriegt ihr die Termine per E-Mail geschickt, inklusive Zoom-Link. Ich bin Rowana und ich freue mich auf euch. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, kommt in meinen Telegram-Kanal oder folgt mir bei Instagram.